Ich will nicht mehr arm sein. Warte mal, was ist denn das bei Müll? Die Zeitung? Ist das etwa mein? Das ist mein Bruder. Da steht Bikini Bottoms, jüngster Millionär. Eigentlich sollte es mein Name sein, das in der Zeitung steht und nicht seines. Während ich in Armut lebe, hatte er so ein gutes Leben. Ich glaube, ich sollte mal meinem kleinen Bruder einen Besuch abstatten. Ich habe schon einen Plan, wie all sein Reichtum bald mir gehören wird. Ich werde bald Millionär sein. Juhu. Warte, das ist das Haus von meinem kleinen Bruder. Ich meine, ich habe gelesen, dass er reich ist. Aber dass er so reich ist, das wird bald mein Haus sein. Ich bin wieder zurück von der Arbeit. Was macht ihr beide denn hier? Papa, Papa, du bist wieder da. Ich und Mama, wir kochen dir dein Lieblingsgericht. Ist es etwa Dörrem mit Zwiebeln? Ja, genau. Ein Dörremkebab mit extra vielen Zwiebeln. Und als Beilage gibt es einen Vanillemilkshake mit Zwiebeln und Knoblauch. Oh, ihr beide kennt mich einfach zu gut. Ich liebe Zwiebeln und Knoblauch über alles. Hä, wer könnte das nur sein? Da klingelt jemand an der Tür. Schatz, erwarten wir vielleicht noch Besuch? Ah, ich glaube, das muss der Postbote sein. Ich habe wieder was bei Gucci bestellt. Kannst du es mir bitte abholen gehen? Was fällt dir denn ein, mich so lange warten zu lassen? Aber das ist wohl ein kleiner Preis, den ich zahlen muss. Denn bald gehört die Villa mir. Also, ich glaube, meine Frau ist ein Shopaholic. Wir bekommen so viele Pakete wegen ihr jeden Tag. Na, Lukas, erinnerst du dich noch an mich? Tommy, was machst du denn hier? Ich dachte, du wohnst in New York. Ich habe dich schon so lange nicht mehr gesehen. Ach, du weißt doch, wie es ist, reich zu sein. Meine Firma ist so gut gegangen, dass ich jetzt in Pension gegangen bin und wieder zurückgezogen bin. Was? Wirklich? Das ist ja wunderbar, dass du wieder hierher gezogen bist. Oh, komm rein. Ich werde dir meine Familie vorstellen. Schatz, schau mal, wer uns besuchen gekommen ist. Mein großer Bruder Tommy. Und Tommy, das ist meine Frau Bianca und meine wunderschöne Tochter Amy. Hallo, mein Name ist Tommy. Es ist mir eine große Ehre, euch endlich kennenzulernen. Die Freude ist ganz meinerseits. Sag mal, ich mache hier gerade Mittagessen. Magst du bleiben? Oh, Bianca, ich habe so unglaublichen Hunger. Aber nein, passt schon. Ich will euch ja nicht zur Last fallen. Was redest du denn? Du würdest uns nie zur Last fallen. Komm, setz dich hin. Meine Frau ist der beste Koch weit und breit. Und wir haben eh wie immer zu viel gekocht. Amy, während ich das Essen vorbereite, magst du dich neben deinem Papa hinsetzen? Ja, gerne. Schau mal, Tommy, das ist meine wunderschöne Tochter Amy. Sag hallo zu deinem Onkel. Oh, hallo, kleiner Giftswer. Oh, ich meine, süßes Kind. Du bist so wunderschön. Schön, dich kennenzulernen, Onkel. Ich werde ganz kurz den Tisch jetzt anrichten. Einmal Dürum-Kebab mit extra vielen Zwiebeln und hier haben wir noch leckere Hornhaut-Zeefisch-Pasta. Das ist Amys Leibgericht. Hier, mein Schatz. Und ich würde sagen, guten Appetit. Komm, Tommy, du bist der Gast. Du musst zuerst probieren. Onkel, magst du auch ein bisschen von meinem Gericht probieren? Das Essen ist so unglaublich lecker. Oh, wie schnell die Zeit vergangen ist. Wir haben ja schon 8 Uhr abends. Amy, du musst jetzt langsam ins Bett gehen. Oh, dann gehe ich natürlich auch besser mal. Ich hoffe, die Polizei hat den Verbrecher geschnappt, der bei mir gestern eingebrochen ist. Ich hatte so unglaubliche Angst. Was? Bei dir hat man gestern eingebrochen? Im Himmels Willen. Haha, ich meine, du weißt doch, wie es ist, wenn man reich ist. Jeder ist hinter einem her wegen dem Vermögen. Naja, ich gehe da mal. Tommy, wir können dich doch nicht zurückgehen lassen in deine Villa. Das ist viel zu gefährlich. Okay, ihr habt mich überredet. Ich bleibe sehr gerne über Nacht, wenn das okay ist. Ja, aber natürlich. Ich gehe und bereite das Gästezimmer für dich vor. Amy, kommst du langsam auch schlafen? Ja, Mama. Ich komme gleich. Gute Nacht, Onkel. Gute Nacht, kleine Ratte. Ich meine Maus. Irgendwie ist der komisch. Gute Nacht, Papa. Gute Nacht, mein Schatz. Ich werde dir da noch eine Geschichte vorlesen. Oh, yeah. Oh, Lukas, was ist denn das für ein Raum dort unten? Komm, zeige mir. Ähm, okay. Also, ich weiß nicht, wieso du das sehen wolltest. Das ist doch nur unser Schlafzimmer. So interessant ist es nicht. Boah, dieses Schlafzimmer ist ja riesig. Bald werde ich in diesem Bett schlafen. Hast du gerade gesagt, dass du in meinem Bett schlafen wirst? So, nein, das würde ich doch niemals sagen. Ich habe gesagt, bei so einem weichen Bett würde jeder gerne darin schlafen wollen. Okay, ja, da hast du recht. Boah, 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 Lukas, komm, was ist das? Was ist denn das für ein Raum? Ähm, das ist doch nur mein Büro. So schaut also mein zukünftiges Büro aus. Sogar der Stuhl. Als ob dieser Stuhl nur für meine Pobacken gemacht worden ist. Also, Tom, ich muss sagen, dein Verhalten ist ganz schön komisch. Wieso willst du überhaupt all unsere Räume dir anschauen? Oh, ähm, Entschuldigung, aber ich wollte all deine Räume nur sehen als Inspiration, weil ich habe ja auch eine Wille und vielleicht würde ich sie auch so gerne einrichten wie du. Oh, ähm, Entschuldigung, ich wollte dir nichts unterstellen. Ja, das macht Sinn. Komm, das Bett ist jetzt sicher fertig. Oh, sorry, Schatz. Ich hoffe, du musst es nicht zu lange auf uns warten. So, nein, gar nicht. Schau mal, hier auf der linken Seite am Ende des Flurs ist dein Zimmer. Ich habe es auch frisch bezogen. Oh, danke schön, dass ihr beide mich so warm empfangen habt. Gar kein Problem. Ich habe hier noch ein paar frische Hygieneartikel gefunden. Ich dachte, dass du das brauchen könntest. Wieso das denn? Denkst du etwa, ich stinke? Ha, 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 Spaß. Aber Spaß beiseite. Danke schön. Du bist doch mein großer Bruder, natürlich. Gar kein Problem. Ach, Lukas, danke schön. Du bist so lieb, mein kleiner Bruder. Gute Nacht, Tommy. Gute Nacht euch beiden. Ich hoffe, ihr werdet gut schlafen, denn es wird eure letzte Nacht sein. Ach, also ich muss sagen, dein großer Bruder ist ja wirklich ein netter Mann. Ja, er ist wirklich sehr lieb. Also, ich werde Amy noch was vorlesen gehen. Wir treffen uns dann im Bett. Okay, dann bis später. Vielleicht schläft sie auch schon. Oh, du bist ja immer noch wach. Ich hoffe, du musst jetzt nicht zu lange warten. Papa, du musst mir jetzt weiterlesen. Okay, okay, okay. Komm, leg dich hin. Also, wo waren wir? Elsa, die Schweißkönigin, hat sehr stark geschwitzt an ihren Füßen. Aber eines Tages kam ein Prinz und meinte, deine Füße riechen wie Blumen. Danach haben sie geheiratet und lebten glücklich bis zum... Oh, sie schläft ja schon. Gute Nacht, mein Schatz. Schlaf schön. Träumen was Süßes. Morgen werden wir einen tollen Tag haben, da ja Mamas Geburtstag ist. Oh, bin ich müde. Endlich geht er schlafen. Oh, ab ins Bett. Oh, meine kleine Leserate, du bist ja immer noch wach. Was liest du gerade? Oh, Schatz, ich lese gerade Harald Botter und die Kammer des stinkenden Furzes. Es ist gerade so spannend. Oh, ich liebe dieses Buch. Bist du gerade an der Stelle, wo Harald dem Harry ins Gesicht furzt? Ja, genau. Wie wusstest du das nur? Nein, das ist doch mein Lieblings-Harald-Botter-Buch. Also, komm, lass uns schlafen gehen. Ja, gute Idee. Mir fallen die Augen eh schon langsam zu. Oh, ich liebe ihr Schnarchen. So süß. Gute Nacht, mein Schatz. Bis morgen. Oh, das hat aber lange gedauert. Endlich kann ich mit meinem Plan anfangen. Lockern wir die Schrauben hier ein bisschen. Okay, und hier ein bisschen. Perfekt. Ah, zur Sicherheit noch hier ein bisschen. Das wird wohl ihre letzte Nacht in diesem Haus sein. Aber morgen wird es mir gehören. Ich werde bald reich sein. Heute ist Mamas Geburtstag. Ich werde sie überraschen mit Frühstück im Bett. Und zwar werde ich Zwiebelpfannkuchen mit Zwiebelsirup machen. Wie lange wollen sie mich noch warten lassen? Ich dachte, um diese Uhrzeit gehen sie immer in die Arbeit. Außer ist heute etwa ein spezielles Ereignis? La, 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 la. Ich hoffe, Mama und Papa werden sich über Frühstück im Bett freuen. Komisch. Wieso geht denn der Aufzug nicht? Oh nein, oh nein, Hilfe! Oh nein, es hat die falsche Person erwischt. Mit ihr hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Ähm, ich meine, ist ja nicht meine Schuld, dass sie sich verletzt hat. Sie hätte halt nicht so früh aufstehen sollen. Oh, ich gehe, lieber Mann. Was war denn das für ein Geräusch? Hast du es auch gehört? Ja, ich habe es auch gehört. Es kam von oben. Amy, wir müssen uns beeilen. Ich hoffe, es ist nichts passiert. Amy, mein Schatz, was ist passiert? Geht es dir gut? Sag doch was. Amy, sie bewegt sich nicht mehr. Was ist denn los? Amy, was ist denn nur passiert? Amy, sag doch was. Schatz, bitte bleib du bei Amy. Ich gehe schnell den Krankenwagen rufen. Oh nein, ich glaube, es lag am Aufzug. Amy, mein Schatz, bitte halte durch. Der Krankenwagen ist schon auf dem Weg. Halte durch, mein Schatz. Wir sind gleich im Krankenhaus. Wir müssen uns beeilen. Ihr Herzschlag wird immer schwächer. Es ist ein Wunder, dass sie überhaupt überlebt hat. Ihr Herz hat aufgehört zu schlagen. Wache auf, Amy. Wache auf. Oh, ihr Herzschlag ist wieder da. Wir müssen sie sofort notoperieren. Sonst ist es nämlich zu spät. Herr und Frau Schneider, es tut mir so leid. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Meine Operation, Simon und ich, wir haben wirklich alles versucht, um es zu retten. Aber wir haben es einfach nicht mehr geschafft. Es tut uns so unglaublich leid. Was meinen Sie damit? Wie geht es meiner Tochter? Ist sie etwa? Frau Müller, beruhigen Sie sich bitte. Ich glaube, am besten ist es, wenn Sie selber sehen, was mit Ihrer Tochter passiert ist. Wir haben wirklich alles versucht, um ihr Augenlicht zu retten. Aber leider haben wir es nicht geschafft. Und Ihre Tochter ist darum blind. Aber Ihre Tochter war so stark während der Operation. Es ist sowieso ein Wunder, dass sie überhaupt überlebt hat. Herr Doktor, was meinen Sie damit, dass sie überhaupt überlebt hat? Ihre Tochter hatte so starke Gehirnverletzungen. Sie hätte das nicht überleben sollen. Es kommt mir so vor, als hätte sie einen Schutzengel oder irgendwas beschützt. Aber dafür wird sie leider für den Rest ihres Lebens nie wieder sehen können. Oh Amy, es bricht mir einfach das Herz, Sie so leidend zu sehen. Herr Doktor, wann wird sie aufwachen? Ihre Tochter braucht jetzt sehr viel Ruhe. Deshalb wird sie über Nacht im Krankenhaus bleiben müssen, damit wir ihre Werte immer wieder überprüfen können. Gehen Sie bitte nach Hause und ruhen sich aus. Okay, pass, Herr Doktor. Amy, du musst stark bleiben. Mama und Papa kommen morgen wieder. Wir lieben dich. Ich kann nicht glauben, dass sie blind ist. Mein armes Baby. So, dieses Mal wird es aber funktionieren. Oh Tommy, was machst du denn hier? Oh, ähm, kleiner Bruder, ihr seid ja schon so früh zurück. Ich wollte den Lift reparieren. Ich meine, der Anblick von Amy hat mich so traumatisiert und darum will ich es reparieren. Nicht, dass es wieder passiert. Wisst ihr was? Geht ihr beide schlafen? Ich kümmere mich um alles, okay? Was würden wir nur ohne dich machen, Tommy? Dankeschön für deine Hilfe. Endlich sind sie weg. Ich habe sogar jetzt eine noch bessere Idee. Ich kann einfach immer noch nicht glauben, dass keiner gecheckt hat, dass ich es war. Ich bin einfach so klug. Und jetzt habe ich noch einen besseren Plan. Morgen in der Früh, wenn sie Amy im Krankenhaus besuchen werden, werden, glaube ich, aus Versehen ihre Bremsen nicht gehen. Oh je. Ich hoffe nicht, dass mein Bruder in einem Autounfall involviert ist. Ich bin fertig mit der Arbeit für heute. Jetzt gehe ich ein bisschen Roblox zocken. Komm Schatz, wir müssen aufstehen. Amy wartet sicher schon auf uns. Ich kann einfach immer noch nicht glauben, dass mein kleines Mädchen blind sein wird. Ich kann es auch nicht glauben, aber ich bin so dankbar, dass sie den Unfall überhaupt überlebt hat. Meine Tochter ist einfach die stärkste Person, die ich kenne. Komm, wir müssen sie vom Krankenhaus abholen gehen. Ich hoffe, sie hatte nicht zu große Schmerzen in der Nacht. Oh, ähm. Geht ihr zufällig ins Krankenhaus Amy besuchen? Ich habe ihr gestern ein Blühstück gekauft. Ich hoffe, ihr geht es bald besser. Könnt ihr das mitnehmen? Dankeschön, Tommy. Darüber wird sie sich bestimmt freuen. Komm, lass uns gehen. Ich glaube nicht, dass sie das Spielzeug jemals bekommen wird. Nach dem gestrigen Unfall ist mir bewusst geworden, dass Geld und alles Materialistische keine Rolle spielt, solange meine Familie gesund ist. Das Auto geht nicht. Endlich ist der Tag gekommen, auf den ich so lange gewartet habe. Ich muss nur noch traurig ausschauen. Perfekt. So kauft es mir jeder ab. Herr Doktor, Herr Doktor. Was ist mit meinem Bruder passiert? Bitte sagen Sie mir, dass es ihm gut geht. Oh, Sie müssen sein Bruder sein. Ich habe schlechte Nachrichten. Was meinen Sie mit schlechten Nachrichten? Bitte sagen Sie mir, dass es meinem Bruder gut geht. Mein tiefstes Bedauern. Es tut mir so leid, aber beide Ehepaare haben es nicht geschafft. Das kann doch nicht wahr sein. Einfach schrecklich, wie viel Unglück diese Familie hatte. Ich hatte schon Angst, dass die Tochter von Ihnen ein Waisenkind wird. Aber zum Glück gibt es noch Familienangehörige. Keine Sorge, Herr Doktor. Ich werde mich gut um das Geld kümmern. Oh, ähm, ich meine meine kleine süße Nichte. Ha, 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 ich habe es endlich geschafft. Ich bin Multimillionär. Ha, ha, ha. Das kann doch nicht wahr sein. Ihr Herzschlag ist zurückgekommen. Was? Das ist ja ein Wunder. Als ob ein Engel sie beschützt hat. Aber was sollen wir jetzt tun? Wir haben sie schon notoperiert und es hat nicht geholfen. Dann müssen wir sie in ein induziertes Koma setzen und einfach hoffen, dass sie bald aufwachen. Hallo Toasties, ich bin es, der beliebteste und tollste Charakter von dieser neuen Story. Ich hoffe, ihr mögt mich. Schreibt es in die Kommentare, was ihr von mir denkt. Auf jeden Fall, mein Bruder kann nicht hier sein, um euch zu grüßen. Deshalb werde ich die Superfans grüßen. Also, ganz liebe Grüße an. Nazira Omundo, ähm, leider kann ich deinen Namen nicht aussprechen. Das tut mir sehr leid. Cindy und Alexandra. Großes Dankeschön an die liebe Esma. Dankeschön, dass du uns abonniert hast. Und AC, Dankeschön für deinen lieben Kommentar. Und zu guter Letzt liebe Grüße an dich, Brenz. Dankeschön, dass du dem Video einen Daumen nach oben gegeben hast.